Aromen für die Tierseele Wutkopf, Schissbüchs, Trauerkloß Jedes Tier bringt bei seinem Einzug in ein neues Zuhause eine Geschichte mit. Die einen suchen Vertrauen, haben etwas erlebt, was sie noch nicht verarbeitet haben. Andere kommen vielleicht mit Artgenossen, die schon vor Ort sind, nicht zurecht, sind ängstlich oder aggressiv oder aber traurig. Wie schön wäre es, wenn wir über die Aromatherapie helfen könnten, mit passenden Düften, die dem Tier gut tun und die es zurück in seine Mitte bringen. Ylang Ylang, bei Wut, wenn Emotionen die Vernunft überwältigen. Baldrian, beruhigend, insbesondere bei panischen Tieren. Es gibt so viele tolle Aromen. Wir zeigen dir, wie du sie bei Hund und Katze anwendest. Wut, wenn du sie bei Hund und Katze anwendest, ist, wenn du sie bei Hund und Katze anwendest.